und jetzt kommt der junge Pole, Tomas, nimmt seinen ersten Lauf, schöner Entrymove, da ist Entrymove, Backloop, straight into a lunar orbit, another backloop, firing it all up, und meine Damen und Herren, jetzt geht's rund, ein Feuerwerk, einer nach dem anderen, oh, ein massiver, massiver, SpaceGodzilla gefolgt, direkt, der einen Splitwheel überging, muss er neu ansetzen, orientiert sich neu, kommt wieder hoch auf, it's backing up, at the top of the four-pipe, coming around, McNasty perfectly executed, another McNasty, well done again, straight, the nose in, for another SpaceGodzilla, Splitwheel, and strike on for the tricky woo, well done, ladies and gentlemen, on the buzzer, unglaublich, da hat er nochmal den tricky woo gezeigt, aha!